Viele Menschen fragen sich, wo geht es hin mit der katholischen Kirche? Manche machen sich wirklich Sorgen. Was kann helfen innerhalb der katholischen Kirche, angesichts von synodalem Weg, angesichts von weltweitem synodalen Prozess, was kann helfen, in eine Einheit zu kommen? Herr Kardinal. Ich glaube, auf der Ebene der Bistümer und auf der Ebene der Gesamtkirche gilt dasselbe, was wir über die Pfarrei gesagt haben. Und ich denke, der liebe Gott macht es uns ja einfach. Er schenkt uns zwei Ohren, aber nur einen Mund. Und das heißt, wir müssen mehr aufeinander hören, was der andere meint. Dass wir nicht so handeln wie ein Pfarrer, der zum Bischof geht und sagt, ich habe ihm meine Meinung gesagt, er hat sie nicht übernommen und deshalb hat kein Meinungsaustausch stattgefunden. Das heißt, wir müssen gehen. Entschuldigung! Das